schön dass mir nie einer bescheid sagt hier das war schon mit laden fertig mensch werden wir mal los hier kleine testrunde hatten wir gedreht soweit wie gesagt kleine testrunde hatten wir gedreht sollten wir jetzt eigentlich loslegen können krupp bildung ist anscheinend auch nicht so wie man sieht die blätter kommen anscheinend auch erst noch leute ja warte mal auf was hier ist na diese flugzeuge nach dieser berge wie schön dass demnächst auf der 1x aussehen wird im vk da freut mich schon auf mir sagen und Da kommen wir rein, Adil! 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 Das ist wieder ehrlich, Adil! Nein, die Sache ist beloft schon. Da bleibt eigentlich nur D übrig. Ah, sind doch ganz schnell ich unterwegs, wie es aussieht. Muss man da sagen. Mein Gott, geh aus dem Weg, du Stricher! Ja, meine Hütte, ey! Das ist doch langweilig. Das ist doch langweilig. Das ist doch langweilig. Da sehe ich natürlich gar nichts. Ich befinde mich... Ah, okay. Da bin ich weit außerhalb. Ach Leute, echt jetzt, ey! Ach, ey! Das wäre egal, wo ich hier gelaufen wäre. Wir senken jetzt hier einfach... Ach Gott! Und auf A guckt keiner, ne? ... 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 Hey, was denn sonst, ey? Nee, Kollege, diesmal nicht. Das war ungeladet, hier. Oh, das krieg ich in der Luft. Hm, ein bisschen Butter. Ah, hau ab, ey. Ich seh nichts hier, ey. Oh, Junge, echt jetzt. Oh. Was soll denn das wieder, ey? Kack Gameplay, ehrlich. Oh. 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 besser konnte das gar nicht laufen ich habe noch was am tun drehen, das stört mich ein bisschen geh nochmal Dreck ey echt so ein Dreck ey ich habe es aber vergessen ich habe hier ein paar munitions meine Fresse ja und ich habe nichts gesehen ey weißt du scheiß Nachhallunterdrückung nicht angehabt ey wie geht einem da so ein Sender oder ich habe jetzt das 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 ist das das ist das Natürlich! Natürlich! Was auch sonst? Kackfühl! He also lost the shotgun! Aus ihm! Chirpengeler Er wurde es im Gamer, erwartet ihn! Was tut es! Aber ich bin nicht aufgeregt! Jetzt bin ich nicht wieder eingesehen, oder? www. 역verlust-deckungs-deckungs-deckungs-deckungs-deckungs-deckungs-deckung Ach, weiße, ey, Fotzfresse. We have lost objective, Charlie. We have lost objective, Charlie. We have lost objective, Charlie. It's actually a waste of time, isn't it? Of course, it's a waste of time. Okay. Hauptsache, ich treffe gar nichts, weißt du? Das war der Knaller, weil selbst wenn ich genau, selbst wenn ich in der Zeitlobbing komme, ich treffe und treffe und treffe, aber irgendwie, nö. So weit sträumen kann dieser VW auf die Entfernung überhaupt nicht. Okay, wir sind in der Zeit, wir sind in der Zeit. Weißt du was, dass du was, wenn du nicht in der Zeitlust hast. Ich tue dich gegen die Entfernung. Wie ist der Sie? Ich bin so überflüssig in diesem Spiel, das ist unglaublich. Nein, ich finde ihn nicht. Es ist wieder dieser Punkt, da könnte ich kotzen, weißt du? Hier irgendwo zwischen liegen die blöden Wichser und warten, wo das euer vorbeiläuft. Das macht kein Spaß. Objektiv, Edward. Halfway there, we have the upper hand. A sentry kit is available near your location. Das ist eine Granette, aufhört. Das wird eine Granette, aufhört. das läuft ganz 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 toll wirklich das läuft echt da alle außer für mich das läuft noch eins auf nach so kommen nicht aufschließen ist das du das fahrzeug natürlich erledigt eigentlich klar naja hatte ich eine fliege unter metze denn glaubst du es ja das läuft naja und wie das läuft dann machst du jetzt mit deiner krücke boah schloch nervig wenn man einen hinter sich hat ach fände ich das nervig oh fuck der dreht natürlich das wäre ich optimal wenn man jetzt nicht besser ist mit der art ah das fahrzeug ist leer sehr gut ja das war ein suboptimal ich bin der wegmann wer hat es wohl gerochen ich oder wer wer hat es vorher gewusst auf einer von meinen natürlich habe ich jetzt gar nicht gesehen Okay Na natürlich Natürlich hab ich wieder was übersehen soll ich immer ein Ah Du klingst noch früh genug, oder? Chisier am Arsch Das ist ja nur ehrlich An We have lost objective button. We have taken objective angles. Natürlich. Du Hund. Fick dich ey. Natürlich. Sonst hier. Das war aber mal verdammt schnell unten. Ja. 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 auch das war ja weit genug auch weißt du jetzt Jetzt hat sich's wieder verhakt, diese Scheißkiste. Ich bin da gar nicht an die Wand gekommen, ne? Ja, ja genau. Und der Panzer. Ja, ja genau. Scheiße. Ja, mehr als die Erobern, den Punkt kann ich nicht, ne? Trotzdem kann ich's echt nicht ändern, wirklich. Kann ich nix machen, du mal leid. Ja, natürlich. Ja, verlieren wir nur noch, da kann ich nicht ändern. Ja. Ne, muss ich nix machen. Annen Sie eine Granata! Granata platziert! Granata lanciata! Garmin muss auf, bringt nix mehr. Ach, ist gut sein, bringt nix mehr. Na, klar. Ja. 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 Ich habe die Punkte gar nicht gesehen.